Moin Leute, Trimax hier. Viele von euch wollten, dass ich einmal ein Lava-Hund-Deck vorstelle. Ich selber habe den Lava-Hund vor noch nicht mal einer Woche gezogen aus einer Free Magical Chest, habe dann ein paar Decks ausprobiert mit dem Lava-Hund, habe dann letztendlich ein Lava-Hound-Cycle-Deck genommen. Hatte mal ein anderer YouTuber vorgestellt, ich weiß nicht ob ihr ihn kennt, der heißt einfach nur Ash, dürft ihr nicht verwechseln mit Clash with Ash, 122.000 Abonnenten. Der hatte sich das Lava-Hound-Cycle-Deck ausgedacht. Er hatte anstatt der Pfeile die Spear Goblins dabei, aber da ich einfach 10 von 10 mal gegen eine Prinzessin gespielt habe, und die Prinzessin sehr 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 stark gegen dieses Deck wäre, wenn hier die Kobolde wären, habe ich da die Pfeile mitgenommen, damit die mir keine Probleme macht. Ja, das ist das Deck. Durchschnittliche Elixierkosten von 3,6, die werden ja noch praktisch etwas gesenkt, dadurch, dass wir die Elixierpumpe dabei haben. Ich habe meine Truppen jetzt noch nicht auf so einem hohen Level. Elixierpumpe 7, Minions 10, Sep 10, Lava-Hund auch erst 1, das ist für jemanden Level 10, 1,5 relativ wenig. Kam aber ganz gut mit dem Deck klar, es ist ein sehr alternatives Deck. Der Lava-Hund ist jetzt nicht die stärkste Legendary, auf keinen Fall. Viele sagen sogar, es ist die schlechteste. Ich finde die Karte eigentlich ganz geil. Macht Spaß damit zu spielen, damit könnt ihr eure Freunde überraschen, eure Gegner einfach mal überraschen. Und es ist auch schon oft vorgekommen, dass die Gegner einfach geragequitted haben. Die haben einfach geleaved, weil sie keinen Bock hatten gegen den Lava-Hund zu kämpfen. Genau, das ist ein Vorteil von dem Deck, die Gegner kommen einfach darauf nicht klar. Ihr habt viele Lufteinheiten, den Lava-Hund als Tank, der Baby-Dragon ist auch so ein mehr oder weniger Tank, mit Flächendamage und die Minions, also schon mal drei Lufteinheiten. Viele kommen damit nicht klar, das zu verteidigen. Viele haben aber auch gar nicht so viele Truppen dabei, womit sie das einfach verteidigen können. Und da habt ihr direkt gewonnen. Ich habe zum Beispiel mal gegen jemanden gespielt, das zeige ich euch auch gleich in einem Replay. Der hatte irgendwie einen Riesen dabei, einen Sparky, eine Kanone, eigentlich nur Bodeneinheiten. Barbaren hatte der auch dabei und der konnte gegen das Deck einfach gar nichts machen. Allerdings hat das Deck natürlich auch Schwächen, keine Frage. Es ist jetzt nicht das stärkste Deck, ich glaube ich werde auch mit diesem Deck auch nicht meinen persönlichen Trophäen-Rekord aufstellen. Aber wie gesagt, es macht Spaß und ihr könnt eure Gegner damit überraschen. Oder wenn ihr mal gegen eure Freunde spielt, gegen eine Friendly Battle, da ist das Deck ganz geil. Ähm, die Schwächen bei dem Deck sind, wenn der Gegner die Pfeile hat. Wie eben schon gesagt, wenn der Gegner die Prinzessin hat. Oder wenn der Gegner die drei Muskeltiere hat. Weil die drei Muskeltiere sind einfach mit Abstand die beste Karte überhaupt, um Lufteinheiten zu töten. Das eine Muskeltier ist schon stark, aber die drei Muskeltiere sind noch stärker. Wir haben jetzt hier kein Lightning dabei, kein Fireball, nichts, um irgendwie die drei Muskeltiere zu töten. Aber das muss man einfach mal hinnehmen. So viele Leute spielen bei 3500 Trophäen die drei Muskeltiere auch nicht. Also ist das für mich vollkommen okay. Gut, ich zeige euch einfach mal die letzten beiden Replays. Wir fangen mit diesem Video an. Der Gegner hat die Prinzessin Level 3 sogar. Ist für den Level 10er relativ stark. Wir hatten beide die Elixierpumpe dabei. Lass einfach mal loslaufen anfangen, ist ja immer ein bisschen langweilig. So, er startet mit der Prinzessin. Ich hatte zum Glück die Pfeile dabei. Ich glaube die Pfeile habe ich erst in dem Game davor eingesetzt oder mitgenommen. Mega geil auf jeden Fall. Ich würde euch in diesem Deck auf jeden Fall die Pfeile empfehlen. Kann auch sein, dass ich nur Pech gehabt habe. Es kann auch sein, dass ich nur Pech gehabt habe und einfach tausendmal gegen die Prinzessin gespielt habe. Ich habe echt 10 von 10 Games hintereinander nur gegen die Prinzessin. Da musste ich einfach die Pfeile mitnehmen. Baby Dragon jetzt hier sehr schön gegen die Prinzessin, gegen den Eismagier und gegen die Kanone. Ein erster schöner Baby Dragon. Ähm, noch ein Vorteil von dem Deck ist, oder die Stärken von dem Deck. Das wird erst zum Schluss in der doppelten Elixierzeit übertrieben stark. Ihr müsst die ganze Zeit am Anfang nur irgendwie verteidigen. Und dann, wenn eine doppelte Elixierphase ist, dann noch mit der Elixierpumpe. Dann überrennt ihr den Gegner einfach komplett. Das kann er nicht verteidigen. Ich habe dann teilweise immer zwei Lava Hounds und zwei Baby Dragons am Start. Das kriegt der Gegner überhaupt nicht verteidigt. Macht auch extrem Spaß, den Gegner dann so aus der Luft da sozusagen zu überrennen. So, wir haben jetzt hier beide zwei Elixierpumpen. Ich setze jetzt den Baby Dragon ganz nach hinten. Den Lava Hund davor. Das zweite zusammen ist schon ein echt starker Push. Vor allen Dingen sehr, sehr viele Leute haben in letzter Zeit auch die Kanone dabei. Die Kanone wird dann ja mehr oder weniger völlig nutzlos gegen die ganzen Lufteinheiten. Jetzt habe ich hier die Pfeile eingesetzt. Jetzt ist die Prinzessin tot. Das ist stark. Ähm, die Minions kommen durch. Der Lava Hund explodiert. Die Lava Pubs kommen raus. Und da ist der erste Tower schon sehr knapp down. Auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, nochmal generell. Die Kombination aus dem Lava Hund und dem Baby Dragon ist so stark. Weil wenn der Lava Hund, der tankt zuerst und der Baby Dragon dealt Damage. Dann explodiert der Lava Hund. Dann kommen die Lava Pubs raus. Und während der Lava Hund explodiert. Ähm, switcht der Tower um und greift den Baby Dragon ein. Also es werden nicht die Lava Pubs angegriffen. Es wird jedes Mal, wenn der Baby Dragon in Reichweite ist, der Baby Dragon angegriffen. Und der Baby Dragon ist ja auch relativ tanky. Und dann können die ganzen Lava Pubs die ganze Zeit, ähm, den Tower angreifen. Also der Lava Hund besteht sozusagen aus zwei Phasen. Zuerst die Tank Phase und dann die Damage Phase. Und die, ähm, Lava Pubs machen auch ganz guten Schaden. Ist noch ganz wichtig zu wissen, warum die Kombo so stark ist. Äh, viele spielen auch den Lava Hund mit dem Ballon in Kombination. Ist natürlich in der Offensive mega stark. Man kriegt eigentlich, wenn man die Einheiten losschickt, immer einen Tower. Oder relativ häufig. Ähm, ist natürlich auch... Klar, es ist eine starke Offensive. Aber in der Defensive heißt es halt gar nichts. Ihr könnt einen Ballon und einen Lava Hund so gut wie nicht in der Defensive einsetzen. Muss man so ein bisschen abwägen. Ist... Ich finde, äh, Lava Hund Ballon ist erstens zu teuer die Kombination. Und zweitens könnt ihr das überhaupt nicht in der Defensive verwenden. Somit fällt das für mich raus. Ich habe mich hier für den Baby Dragon entschieden und das funktioniert echt extremst gut. Probiert die Kombination auf jeden Fall mal aus. Okay, das Game geht weiter. Gegner setzt jetzt eine zweite Elixierpumpe und einen Royal Giant ganz nach hinten. Es werden ja momentan sehr, sehr oft, ähm, die Royal Giants gespielt. Die sind ja auch sehr OP momentan. Vielleicht die stärkste Karte, sagen viele. Ähm, da ist das Luftdeck auch nicht schlecht gegen. Ich setze jetzt hier Lava Hund, Baby Dragon. Erstmal richtig schöne Pfeile. Ich habe zwei Elixierpumpen getroffen. Kobolde und die Prinzessin. Und jetzt guck euch das mal an. Jetzt habe ich hier die Minions, die Kobolde und den Baby Dragon und die Kanonen. Und der Lava, äh, der Royal Giant ist einfach sofort umgefallen. Und meine Truppen, die türmen sich jetzt hier auf. Ich habe jetzt einen Lava Hund. Zwei Baby Dragons. Minions nochmal. Kobolde. Jetzt haben wir hier die Lava Pups. Zwei Baby Dragons. Die sind schon ziemlich tanky. Ihr seht jetzt schon, wie lange die da überleben. Die gehen einfach nicht down. Jetzt kommt der nächste Lava Hund. Und ich habe euch das gesagt. Wie stark die Kombination. Äh, am Ende des Games ist jetzt ein dritten, ein dritten Baby Dragon eingesetzt. Gut, der andere ist jetzt gestorben. Trotzdem noch eine sehr starke Kombination. Wieder schöne Pfeile Kobolde und Prinzessin getroffen. Jetzt fokussen die Lava Pups. Jetzt seht ihr sie jetzt nochmal ganz genau. Die Lava Pups werden jetzt, wurden zuerst vom Tower jetzt nicht angegriffen. Ich glaube ich hatte gerade nochmal gesappt, deswegen ist das umgeschwungen. Ähm, aber ansonsten würden jetzt die Baby Dragons, die Tower tanken und die Lava Pups, könnten jetzt die ganze Zeit Damage stehlen. Und, geht der Tower noch down? Ne, das, das Game war leider zu Ende. Ich bin mir 100% sicher, dass der Tower noch gefallen wäre. Meine beiden Tower haben noch relativ viel Leben. Ihr seht es jetzt hier gerade nochmal. Der rechte Tower voll läuft, der linke Tower nur die Hälfte Leben weg. Das war schon mal ein sehr gelungenes Game. Und jetzt zeige ich euch ein noch witzigeres Game. Ihr seht es hier, ich habe es eben schon erwähnt, der Gegner hatte fast nur Bodeneinheiten dabei. Hier den Sparky, die Kanone, den Riesen, Barbaren, Elixierpumpe. Der Eiswizard ist jetzt nicht so stark gegen den Lava und den Baby Dragon, kann man nicht sagen. Die Prinzessin tötet ich mit den Pfeilen und dann hat er letztendlich nur noch den Magier. Er hat letztendlich nur noch den Magier am Start, um meine Lufteinheiten zu verteidigen. Das ist ein ganz witziges Game of War, ich zeige euch das einfach mal. Am Anfang muss man sagen, ist das Lava Hound Cycle Deck echt schwach. Da geht es einfach nur darum durchzuhalten und dann später in der doppelten Elixierphase könnt ihr richtig ranklotzen. Und da macht das Deck auch so viel Spaß. Wir setzen beide wieder am Anfang, die Elixierpumpen. Er setzt eine Prinzessin, ich setze schnell meine Minions ein, damit ich nicht allzu viel Elixier verliere, auch wenn sich das jetzt für mich nicht gelohnt hat. War ein guter Zug vom Gegner. Er setzt sich den Lava Hound ganz nach hinten. Ist ein weiterer Vorteil vom Lava Hund. Viele denken es ist ein Nachteil, dass der so langsam ist, aber man kann es genauso wie bei einem Golem sehen. Es ist auch ein Vorteil, weil schaut mal an wie viel Elixier ich in der Zwischenzeit bekomme, während der Lava Hund nach vorne fliegt. Ich habe schon wieder volles Elixier und der Lava Hund ist noch nicht mal in der Mitte angekommen. Setzt sich ein Baby Dragon ein, der Lava Hund fliegt über das ganze rüber, greift die Kanone an, Eiswissert dazu. Gut, der wird jetzt nicht so viel Damage ausrichten. Gegner kommt auf der rechten Seite mit einem Sparky und einem Giant, da hat er meine Truppen schon relativ low bekommen. Aber der Baby Dragon die ganze Zeit am Start, die Kobolde und konnten wir seine Offensive verteidigen. Er hat dann Magier eingesetzt und ein Eismagier. Die machen zusammen schon ordentlich Flächendamage. Es ist stark gegen die Minions, stark gegen die Lava Pups, stark gegen die Kobolde. Wir haben halt viele kleine Truppen dabei. So, jetzt hier den Magier abgelenkt auf den Baby Dragon. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, jetzt können die Kobolde den Magier töten. Danach können die Kobolde den Riesen töten und jetzt laufen die alle zusammen in die gegnerische Hälfte. Ich setze nochmal Minions dazu. Kommt der Gegner wieder mit dem Eiswizard. Also ihr seht, am Anfang ist das Deck echt schlecht. Ich denke auch immer, ich verliere die Games, so wie das jetzt hier aussieht. Hab jetzt aber allerdings halt wieder zwei Elixierpumpen und der Gegner keine. Da hab ich die Pfeile dabei. Gute Sache, dadurch überlebt der Tower. Und ich hab die zwei Elixierpumpen, die hat der Gegner jetzt nicht. Klar, ich hab Damage kassiert am rechten Tower, aber das ist vollkommen okay. Der Gegner setzt die Elixierpumpe so, dass mein Lavahund diese gleich angreift. Wir sind jetzt in der doppelten Elixierphase und wir haben zwei Elixierpumpen. Das wird auf jeden Fall gleich witzig enden. Tarbona eingesetzt. Den nächsten Lavahund. Ihr seht ihr hier, wir haben zwei Lavahunde und Minions und ein Baby-Dragon. Zwei Lavahunde, zwei Baby-Dragon. Ist auf jeden Fall eine starke Sache. Jetzt kommen schon wieder die nächsten Minions. Ihr seht das, jetzt pappt der eine Lavahund auf. Da haben wir noch die Lavapabs dabei. Guckt euch die Barbaren an. Die sind einfach 0, nichts down gegangen. Guckt euch das mal an. Der Gegner kann absolut nichts dagegen tun. Er hat nur diesen Magier, der wirklich Damage steht in der Luft. Das kann man nicht verteidigen. Ich hab zwar Damage kassiert am rechten Tower, aber guckt euch jetzt diese Offensive an. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, der Tower geht extremst doll down. Der Magier stirbt jetzt auch relativ schnell. Wenn wir zwei Baby-Dragons am Start, die Kobold auch noch reden. Jetzt kommt schon wieder der nächste Lavahund. Guckt euch diese große Offensive an. Leider ist das Game jetzt zu Ende. Da kommt der dritte Baby-Dragon. Der Gegner kann absolut nichts machen. Ihr seht, wie stark das Deck wird in der doppelten Elixierphase. Da kommen wieder die Minions an. Die Pfeile fliegen nochmal drüber. Wenn das nicht überrannt ist, weiß ich auch nicht. Leider kein Three-Crown-Win. Die Baby-Dragons und der Lavahund machen jetzt nicht so viel Damage am Turm. Ist klar. Aber dafür sind die auch sehr, sehr, sehr tanky. Und man kann sie einfach nicht wirklich verteidigen. Ihr habt es gesehen. Sehr geiles Deck. Macht auf jeden Fall Spaß. So, zum Schluss. Ihr habt es euch gewünscht. Ich habe sonst am Ende der Deck-Vorstellung nie ein Live-Match gemacht. Ich werde jetzt kurz ein Live-Match raussuchen und wir sehen uns gleich wieder an. Schon wieder keine Elixierpumpe auf der Starterhand. Ich werde den Lava-Hund ganz nach hinten oder setze ich eine Elixierpumpe ein. Was macht der Gegner? Eine Kanone. Okay, da kommen wir mit dem Lava-Hund rüber. Pfeiler eingesetzt gegen die Minion-Hund. Hätte ich auf den Zap einsetzen können. Das war ein ziemlich schlechter Start. Da hätte ich schneller auf die Minion-Hund reagieren müssen. Hauen wir einen Zap drüber und die Kobolde rein. Da kriegen wir ordentlich Dammit. Der Gegner haut selber nochmal einen Zap drauf. Und wenn die Barbaren am Tower sind. Die machen ordentlich Dammit. War jetzt ein schlechter Start. Aber das Deck ist ja sowieso stark in der doppelten Elixierphase. Deswegen... Gut, der Gegner setzt eine Kanone ein. Das bringt uns zurück ins Spiel. Da setzen wir jetzt einfach nur eine Elixierpumpe. Lassen seine Kanone auslaufen. Das sollte kein Problem sein. Baby Dragon eingesetzt. Gegen die Minions. Ist immer ein guter Tank. Ich bringe meine eigenen drei Minions dahinter. Zieh schon mal den Zap, falls da irgendwas kommen sollte. Eine Valkyre. Ultraschlecht von ihm. Gut, haut da ein Firewall rein. Das war dann wieder okay. Mein Lava-Hund ganz nach vorne. Die Kobolde hinterher. Er hat jetzt seine Valkyre nicht mehr ready. Und was setzt er jetzt ein? Oh Gott, die Barbaren ist natürlich stark. Er hat die Valkyre und die Barbaren. Über den Boden werde ich den Gegner nicht angreifen können. Das wird nicht funktionieren. So, das wird jetzt hier ein guter Zap. Da sterben seine Kobolde, seine Barbaren. Kriegen ordentlich Damage. Mein Lava-Hund, ihr seht auf der linken Seite. Der Lava-Hund ist da ganz alleine am Turm. Und ganz alleine am Turm macht der echte überhaupt kein Damage. Ganz anders zum Golem. Oder der... Wer macht noch Damage? Der Golem oder der Riese. Die machen ja beide ordentlich Damage, obwohl das Tanks sind. Hauen die ja immer fetten Schaden raus. Das ist beim Lava-Hund nicht so. Jetzt setzt jetzt mal die Pfeile ein, falls da wieder eine Minion Horde kommt. Ja, das waren jetzt gute Pfeile. Die bringen uns auf jeden Fall zurück ins Spiel. Setz da wieder eine Valkyre ein, mega schwach. Und jetzt seht ihr schon, das ist die doppelte Elixierphase. Also gut, er kriegt jetzt den Tower, den kann er haben. Wir sind in der doppelten Elixierphase. Da wird das Deck einfach mega stark. Ich setze nochmal die Pfeile ein, vielleicht setzt er nochmal eine Minion Horde ein. Ne. Okay, auf der anderen Seite. Und da seht ihr es. Ich habe echt mega schlecht gespielt am Anfang. Klare Fehler gemacht. Da ist das Deck schlecht, da habe ich schlecht gespielt. Und dann zum Schluss in der doppelten Elixierphase überrennt man den Gegner so brutal. Da macht das Deck auch einfach Spaß. Ihr habt es gesehen. Ich hatte glaube ich wieder 3 Baby-Dragons, 2 Lava-Hunde, mehrere mal die Minions reingespampt, die Kobold immer wieder durchgebracht, Pfeile und Zeps drüber gekauft. Das sind alles billige Karten. Außer der Lava und halt. Ja, geile Sache. Ich zeige euch das Deck hier nochmal. Kopiert euch das Deck. Übt ein paar Runden. Spielt auch mal gerne gegen eure Freunde. Überrascht sie damit. Ist eine witzige Sache. Vielleicht stellt ihr damit ja auch euren neuen persönlichen Trophäen-Rekord auf. Falls das der Fall sein sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr eure Erfolge mit dem Deck in die Kommentare schreibt. Alles klar. Das wäre es dann soweit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Deck. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.